hallo ich bin herzlich willkommen zum nächsten anime showdown video ja leute ihr werdet jetzt sehen warum ich jetzt heute wieder ein video gemacht aber leute noch mal zur info anime showdown kommt jetzt jeden donnerstag und zweiten samstag raus weil nächste woche samstag kommt wieder beiburg raus ich hoffe da hat man ja ein bisschen mehr spaß aber naja jetzt viel spaß zu wie also wirklich in der heutigen folge wollte ich heute eigentlich erst machen jetzt muss ich was das kachau Es ist krein, das war was ich dir. Tolle leute? Ah, das ist 8 Tausendbuch. Das war's. So, was geht's noch? Hat er eine Macke gehabt? Kann ich mal nicht zigtausend Jahre wieder weggehen? Oh nein, warte, das geht dann noch mal zurück. Ja. Ja. Und so. Ja. 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 mit und dann machen wir mal uns lebe 3 okay da sag ich nichts aber jetzt Kuscheln auf unser Leben aufpassen ok pass auf drauf so 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 Pokédex geil hier waren nur die Arme Nabo aber Level 30 was für das denn ja da muss man wegnehmen jetzt passt auf Kuscheln 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 Ein Narbe. Ne, das ist meiner. Jaja, stich auf. Kommt der? Kommt der? Kommt der jetzt nicht? wow ganz lebe wie macht wow schmal komm her ganz gar nichts so da sieht man es da ich auch stärker werde Schnee die die innerhalb de die 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 3 kommen kommen guck mal lebe so viel schneller ich war noch auf den anderen 12 23 28 erreicht jungen das geht richtig auf den sack hätte ich schon geschrieben nicht der markt oder was sein leiser hab sechs aufzeigen kann der kann nur deutsch also kaum die letzten also in der letzten folge haben ja auch weiter trainiert sind auch wieder 20 gucken aber da am ende die mafie gestorben mit deutschland sehr starken gegner da war auch die schön bloß am ende kam kam kommt ein starker gegner die starke Komm herr, komm herr Komm herr ich habe sie gleich eingeholt ok, ich lasse es gleich gehen nein du Arschloch ja komm, lass, lass ich habe keinen Bock auf die Kämpfen scheiße, das ist jetzt richtig kacke ich habe einfach die Truhe weggenommen halt doch deinen Stoff mit deinem Ton hier das war jetzt unfair, das war ein Bug ja, dafür erschützt man es nicht ich hasse auch diese Wasserfälle, ja komm her, hallo bist du, bist du dumm ja, danke du bist mir schnell oh Gott, die machen der Mensch, die machen der Mensch ich bin tot wir werden uns erst mal ein bisschen heim wenn es noch zwei Monate tipps auf und jetzt eine Spinnkülle ach so, Dreck herausgefunden so kann man überleben nice pass auf und jetzt pass quats naja, so kann man es machen oh Gott, ey könnt ihr mal aufhören mit ihren Scheiß ja, das war dumm das war jetzt dumm und ich mache noch dämmig nicht wie ein Arschloch komm, lieber 28, Junge wir machen den Kampf 1 ja, du kannst mir so viel schauen machen wie du willst 3 wo immer noch ein viertes na zack ach ja Level 28 ey, warte mal 3 die sind jetzt unsere Opfer äh, Opfer 4 wir können 4 mit ihnen dann steigen wir mal schneller ok, pass auf schluss 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 wow also diese fähigkeit okay jetzt pass auf da muss man aufhören jetzt da brauchst du Tatek da brauchst du wirklich Zeit Leute wir haben jetzt heute eine neue Fähigkeit erlernt in der nächsten Folge machen wir mal weiter aber so so Das war's. Ja, wir haben noch mal am Ende sehr viel Kumpel gemacht. So Leute, ihr könnt mich nicht sehen. So Leute, das war das Video. Ich hab's euch von Lastenleiter abgeschaut. Wir sehen uns dann zunächst mal. Tschüss. Leute.